Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, mehr Wohnungen brauchen wir, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen, ja, wie machen wir das denn hier mit dem Strom? Das ist so ein bisschen störend, gerade. Was ist das hier? Warm, ne? Wärme. Wo haben wir denn die Anschlüsse hier für? Haben wir da Anschluss? Oh, ein Anschluss ist da. Was ist das hier? Ach, das ist Strom. Okay, warte mal. Hier, Röhrchen, da sind sie. Einer geht hier raus, bis ganz da unten hin. Ach, du Himmel. Das ist super. Den anderen haben wir wohin? Der ist hier vorne. Gut, hätten wir dann noch einen mehr? Haben wir noch mehr Anschlüsse da? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo finde ich denn das? Ach, hier, warte mal, Heizung, da. Ja, natürlich, da haben wir noch bereichlich Platz. Weil hier drüben ist keine Wärme. Oder doch, warte mal, wo kriege ich denn die Wärme her? Von ganz da hinten. Okay. Aber wir können hier noch ein Rohr hinten, also hier noch ein Wärmetauscher hinstellen. Dann werden wir auf jeden Fall das hier alles beheizen können, sozusagen. Das würde gehen. Warte mal, ich mach das mal hier wieder weg. Mach mal weg hier. So, zack. Kriegen wir da noch eine Straße hier raus? Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ähm. So, ne? Zack. Das sieht da auch nicht schlecht aus. So, kann da gebaut werden. Das ist auch nicht verkehrt. So, und jetzt müssen wir nochmal sehen, das ist mit dem Strom hier. Das nervt mich, das stört mich. Eine ganze kleine Idee. Was haben wir hier denn gebaut? Da haben wir die Basse weg hier. 317 Anschlüsse. Und die hier? 308er Anschlüsse. Okay. Ähm. Das war ja ein Test von uns mal, ne? Ganz zu Anfang, das hat sich über nichts getan. Da haben wir eh Probleme ohne Ende. Dass die sich nicht gegenseitig aufheben, ne? Ist ein Rätsel. Ist mir ein Rätsel. Ist mir ein Rätsel. Wo kriegst du deinen Strom her? Von dort. Das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, erstmal, wir müssen hier irgendwie mehr Wohngebäude bauen. Gibt's ja, die haben kein Gemecker, ne? Die sind wunschlos glücklich. Das ist echt unheimlich. Das ist unheimlich. Sonst haben wir immer hier Gemotze und Gequake und aber, ne? Alle sind zufrieden, ne? Das kommt bestimmt noch. Das kommt bestimmt auf einmal. Irgendwann. So, zup. Maul. Jetzt werde ich sauer. Jetzt werde ich wütend. Ähm. Die Stromleitung, die will ich unbedingt verlegen. Die stört mich ein bisschen, die hier. Können wir die einmal wegreißen? Die Stromleitung hier wegreißen. Ne? Von hier und dann raus bis da unten hin. Zack. Das einmal wegnehmen. Das wäre ganz cool. Es kostet sehr Spaß. Und dreieinander gehen wir weg hier. So. Wunderbar. Das nehmen wir mal so hin. Ähm. Jetzt bräuchten wir noch ein bisschen Strom hier oben, ne? So ein Verteiler wäre ganz, gar nicht mal so doof. Wo ist denn so ein Teil? So ein Mittelspannungsapparat. Wir können auch einen größeren nehmen, ne? Na, ich trau mich fast nicht, weil, wie gesagt, dann haben wir wieder das Problem. Da wieder hinpassen. So. Da hin. Und dann den Strom. So. Hör mal. Und da. Hier ran. Ganz hier hoch. Und den nehmen wir mal hier hoch, ne? So. So. Und dann. Gehen wir da querfel eingehen? Ja. So, ne? Ich würde sagen, das machen wir so. Zack. Wunderbar. Ähm. Das Ding immer fix fertig machen hier. So, haben wir. Gut. So. Dann haben wir auch Strom. Und dann müssten wir vielleicht nochmal in so einen kleinen, äh. Umspannbärchen hier inzwischen bauen. Ne? Dann müssen wir hier irgendwie rankommen. So. Da nochmal hin. Und dann nochmal in Bettenleitung dahin. So. Passt. Ist auch nicht drin. So was haben wir mit Wasser und Abwasser. Da müssen wir nochmal gucken. Wasser ist hier vorne, ne? Wasser. Wertproblem. Ah, warte mal. Wir haben auch noch Anschlüsse hier. Das passt schon. Das kriegen wir hier runter. Wasser von hier oben. Aber der hat ja noch einen Ausgang mehr. Da kriegen wir noch mehr Wasser raus. Gut. Ähm. Abwasser. Wird ein bisschen interessanter. Weil. Wie ist denn gerade hier die? Das ist gerade, ne? Das ist alles gerade. Das kriegen wir ran. Abwasser kriegen wir dann auch hier irgendwo ran geflanscht. Irgendwo hier einen Verteiler bauen. Das würde gehen. Dann haben wir hier nochmal Wasser, Abwasser. Gell? Das müsste gehen. Aber wir haben hier oben auch, ne? Da oben können wir auch irgendwo zwischen. Das dann einfach hochpumpen. Das müsste funktionieren. Weil hier müsste alles leer sein, theoretisch, ne? Ja. Alles leer. Super. So. So. Haben wir. Ähm. Lalalala. Warte mal. Wo waren wir hin? Da waren wir. Laufweh. Da können wir ruhig zwischendurch noch irgendwie was bauen. Weil dann haben wir hier... Wusste, da oben ist was. Wenn wir hier noch jetzt Gebäude reinfummeln. Wohngebäude. Wir brauchen mehr Wohnung. Wohnung, 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 Wohnung. Bloß was für welche? Ach, Gottchen. Was für welche nehmen wir denn da? 160 Arbeiter. 150, 200 hier. 75 Prozent. Na gut. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so dolle. 70. Ey, der ist aber nicht schlecht, ne? Die gute Platte, ne? Der ist nicht schlecht hier. 89 Prozent, 337 Arbeiter. Ich meine, den nehmen wir doch glatt mal. Na, da können wir doch hier nochmal so ein schönes, äh... Ja, weiß nicht. Irgendwas hier zwischenbauen. Irgendwie... Machen wir das am besten. Und dann da noch eine Straße zwischenfummeln. Müsste doch gehen, ne? Oder hier zwischen... Oder dazwischen. Ach, das ist wieder so eine Sache, ne? Am liebsten würde ich jetzt hier zwischendurch noch eine Straße bauen. Dann müsste ich aber das, ähm... Reicht das von der Entfernung, reicht das locker? Von der Entfernung reicht das locker. Wir können das mal bauen. Wir üben uns da mal hin. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das ja hin. Am liebsten, am liebsten... Ah, am liebsten sollte eine Straße dazwischen, ne? Oder auf der anderen Seite? Komm, das bauen wir so. Ähm... Ja, man muss ja manchmal ein bisschen... Vielleicht überlege ich da manchmal ein bisschen viel. So. So. Bisschen mehr Luft lassen, ne? So wäre gar nicht schlecht. Und dann hier vielleicht noch eine hin. Wenn die Stromleitung nicht da wäre. Dann wäre das schon ganz cool. Dann hätten wir schon mal vier, vier Stück mehr, ne? Vier Blöcke. Wir nehmen dann die Stromleitung nochmal weg. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Kriegen wir alles hin. Äh... Strom. Und zwar... Den hier und den hier. So, bitteschön. Einmal bitte nehmen. Weg. So, kann man hier rüber. Oh, das ist super. Und dann haben wir hier rüber, ne? Da hin. Zack. So. Ist das auch wieder dran? Dann kriegen wir noch eine Wohnung da ran. Eine Wohnung, eine Wohnung, so eine. Genau. So. Die würden theoretisch hier drüben auch nochmal passen. Ne? Hier würden wir theoretisch nochmal eine hinkriegen. Machen wir so eine Reihe. So ein Viererblock. Ähm... Vielleicht kriegen wir noch eine Straße da hin. Das wäre ganz cool. Aber da haben wir wieder... Das ist doof, ne? So. Da vielleicht hin. So. So, ne? Da kriegen wir doch noch die Wohnung dazwischen, oder nicht? Müsste doch passen, oder? Ja, passt. Passt da noch dazwischen. Also das kriegen wir noch hin. Super. Dann würde ich sagen, bau mal. Das haut hin. Jetzt müssen wir noch Fußwege basteln, ne? So. Die müssen wir irgendwann auch mal, ähm... Ja, wie man so schön sagt, betonieren. Einmal hier. So. Und einmal hier runter möchte ich noch gerne. Und vor allem Abfall müssen wir auch noch haben, ne? Ein bisschen Müll-Hantierung. Einmal so. Ähm... Müll. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Am liebsten, das muss ja eigentlich durch, ne? So. Und irgendwie hier durch, muss auch. Kommen wir das da ran? Warten wir. Ja, klar. So. Kommen wir da ran? Kommen wir da ran? Natürlich kommen wir da ran. So, ne? Zack. So, den ziehen wir halt mal auch nochmal hier rüber. So. Wegen Müll müssen wir da mal schauen. Dann haben wir die Wohnung auch fertig. Das wäre ein neuer Block, sozusagen, ne? Kann alles gebaut werden. Bitte schön. Und dann mal kurz hier, ähm... Oh, wir bekommen es denn aus. Äh, was? Okay. Gut. Alles klar. Wir brauchen uns da nicht drum kümmern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hat er das gespeichert letztes Mal? Ich kenne den drüber durch. Den drüber durch. Ich war echt am Rad hier. Warte mal, Müll mal gucken. Sekunde. Hm. Wir brauchen die Dinger nicht. Die großen am besten. Wenn die passen würden, das wäre echt cool. Das wäre super gut. Das passt aber nicht. Hier drüben passen sie hin. Ein, zwei, sogar drei, alle vier Wohnungen kriegst du damit besetzt. Mit eins und teil. Vier Wohnungen. Das ist doch großartig. Alle vier Wohnungen kriegst du damit. Das ist der Hammer. So wollen wir das haben. Komm, so wollen wir es haben. Den nehmen wir. Den müssen wir auch noch bauen. So, wunderbar. Dann haben wir das. Dann haben die wieder was zu tun. Ein bisschen was zu bauen, ne? Unsere Stadt wechseln gedeiht. Ich glaube wirklich, wir brauchen hier echt nochmal einen Kreisverkehr rein. Die ist echt gut, äh, ja, hier ist gut verkehrt, ne? So. Die unten werden auch gebaut fleißig. Großartig. Joa. Was ist denn hier los? Ach, 106. Schon wieder. Wir kriegen eigentlich genug Leute hin. Das ist das Problem. Warum fährt er nur 30? Warte mal, warte mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich geh das mal raus hier. So. Ich weiß nicht, warum die bremsen. Wo wollt ihr denn hin? Ach, Eisenbahnbauamt. Okay. Na gut. Wer hat er eigentlich mit? Acht Leute? 106 entflogen Häftlinge. Das ist aber echt schlecht, ne? Na gut. Was willst du machen? So, was machen wir? Ein paar Straßen optimieren müssen wir noch. Das machen wir mal. Und zwar... Hier, ne? Weil ich will hier nicht alles. Dann mal von mir aus hier rüber. Da müssen wir auch noch weitermachen. Warte mal hier runter. Und in das Stückchen, ne? Äh, bis dahin. Neuer Fahrzeugtyp, ein Boot. Oder ein Schiff. Ein Schiff ist das. Ein Boot ist es nicht. Ein Schiff. So, jetzt fahren die auf jeden Fall schneller. Hier unten müssen wir auch noch mal kurz was regeln. Dass wir hier noch mal ein bisschen was nachhelfen. Ja, das kann doch echt ein bisschen Kohle ausgehen. Macht nichts. Wir haben... Wir haben Reserve. So, wir haben ja Reserve. Wir können ruhig was ausgeben. Das ist nicht so schlimm. So, hier oben wollte ich auch noch mal ein bisschen was optimieren. Und zwar hier. So, bis wohin? Äh, was dahin? Und einmal dahin. Dann da. Oh, die Ärzte ist also angefangen. Super. Gehen wir weiter so, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Na? Na? Bis dahin. So. Das Stück hier. Das Stück bis... Da oben. Was ist denn hier los? Jungs. Was ist denn hier los? Das war uncool. Na gut, das können wir nicht ändern. Das können wir nicht ändern. Warte mal. Wir können doch mal hier ein bisschen Asphalt... Nee, warte mal. Oder doch? Ach, komm. Okay. Halt. Was ist denn hier los? Das auch nochmal Asphaltieren hier. So. Da kennen wir ja nichts, ne? Das ist für den Transport raus, finde ich. Das ist für den Transport raus, finde ich. So. Hier nochmal gucken. Hier nochmal gucken. So. Hier ist auch alles tutti. Warte mal, das Stück hier auch noch? So. So. Und das Stückchen auch. Zack. Hätten die auch gleich machen können, ne? Hätten die auch gleich machen können. Na gut, egal. So, komm hier. Zack. Hier vorne auch nochmal rein. Halt mal so. So. Wie sieht's hier oben? Hier oben auch nochmal eventuell. Na? Haben wir. Warte hier aber auch nicht mal ein Stückchen, ne? Da. Also, zack. Wärten die auch gleich machen können. Aber geil. Machen wir mit. So. So. Hier oben nochmal eine Runde. Ah. Was kostet die Welt, ne? Was kostet die Welt? Mein Gott. Gibt's Schlimmeres? So. Den nehmen wir nur mit. Und hier oben können wir auch nochmal von mir aus. Genau. Huschen. Bis dahin. So. Warte. So. So. Das sieht da schon gleich wesentlich besser aus. Oh, hier vorne ist noch eine. Dann machen wir auch nochmal Asphalt drauf. Und das hier unten auch nochmal. Weil hier fahren nicht so viele, ne? Ich glaube, hier fahren nicht so viele, ne? Das ist auch... Oh, das hätte gar nicht gemusst. Da fährt keiner. Das hätte gar nicht gemusst. Na gut, egal. Egal. So. Hier können wir nochmal Kies ver... ver... verfahren. Nee, gar nicht. Warum fährt er eigentlich hierher? Warum fährt er hierher? Warum ist der... der Müllwagen dann gefahren? Weil mach... Wo ist er? Warum fährt der Müllwagen da hin? Warum fährt er da hin? Hier ist doch. Hier fährst du hin. Na ja. Gut. Lass ihn machen. Ähm. Ja, auf jeden Fall ist hier ordentlich verkehrt, ne? Also hier gut, der... der, ähm... Ernteverkehr. Also was hast du mit? Du bist voll, ne? Wunderbar. Gut, läuft gleich weg. Und was haben wir hier? Platten. 175 Tonnen. Da fährt nochmal wieder auch ein Zug, ne? Ich wüsste, wo der ist. Da fährt gerade raus. Na, okay. Gut. So. Ach, wie schön. Gut, das muss erstmal alles so ein bisschen aufgebaut werden. Dauert uns ein Kündchen, ne? Also... Ja, wir haben Kohle genug. Wir könnten mal so richtig reinhauen. Aber ich will ja... Irgendwie will ich das gar nicht. Irgendwie, ne. 200.000 Gewinnen letzten Monat. 200.000 Gewinnen. Und das alles innerhalb von neun Jahren. Von neun Jahren. Ist schon echt cool. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten... Ja, 10.000, die haben wir fast zusammen, ne? So viel sind es gar nicht mehr. Kreiswerk errollt, ne? Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Der will eigentlich bis da hinten hin. Warte mal, können wir denn nicht hier noch, ähm... Ich weiß nicht, wir müssen optimieren. Da. Wie ich sage. Von hier. Darüber. Und von... Hier darunter. So. Der will da raus. Wo will der denn hin? Der will da... Der hätte auch hier rüberfahren können, ne? Theoretisch. Da blicke ich noch nicht so ganz durch, aber das wird schon werden. Wird schon werden. So, wird schon werden. So, ist hier genug Wasser drin? So, Wasser mal gucken. Warte mal. Wasser. Das produziert... Das läuft. Nö, das läuft. Jawohl. 26, 29... Also Reserve ist auf jeden Fall tonnenweise da. Da können wir noch wesentlich mehr rausholen. Warmwasser. Aufbereitung. Da können wir noch mehr rausholen. Was ist mit dem Wasser? Wasser auch, ne? Wasser läuft. Jupp. Brauchen wir uns keine Kopfweh machen? Das geht. Da sind keine Besucher drin. Hier haben wir schon wieder so massig viele, ne? Hier auch. Alter, viel zu viele. Uns fehlen da Leute, ne? Uns fehlen hier echt Arbeiter. Apropos Arbeiter. Warte mal, haben wir die hier hinten? Abwassertank ist überfüllt. Jetzt kriegen wir kein Abwasser hier ran. Jetzt haben wir doch wieder ein Problem. So. Der ist noch nicht mal Abwasser da. Wasser ja, aber Abwasser nicht. Wärme kriegen wir. Laufen die wohin? Die laufen gerade eben so zum... Ja, zu alles, was nötig ist, ne? So, wir werden gleich mal gucken hier. Pass mal auf. Untergrund. Was ist mit dem denn hier? Abwasser das geht. Da kommen wir ran. Aber der hier nicht. Das ist doof. Das ist doof. Also das finde ich also, ne? Weniger gut. Da kommt garantiert ein Spülwagen, ne? Der ist auf jeden Fall nicht da. Da müssen wir was gegen tun. Gesundheitsrisiko. Wir müssen da was machen. Irgendwas mit dem Abwasser. Da ist ein Kreuzung drin. Da ist was. Da kommen wir bestimmt ran. Mal gucken, wie das hier... Das ist alles super gerade. Abwasser. Warte mal, warte mal, warte mal. Abwasser. Anschluss. So. Der müsste ja theoretisch irgendwo hier her, ne? Wenn's denn klappt. Wenn ich was sehen könnte. Das wär cool. Aha. So rum. Gut. So. Ach, das geht nicht. Warte mal, so geht's aber, ne? So, zack. Das Teil und dann das Röhrchen. Brauch... Was? Brauch ich ein großes, kleines, mittleres? Weiß ich nicht. So ein mittleres, ne? Ob ich das da ran krieg? Bis dahin? Nee, ne? So. Aktualität für sechs Meter. Jetzt wird's interessant. Oh, warte mal. Ich will ja erst mal gucken, ne? So, nochmal gucken. Sechs Meter. Aktualität für drei Meter. Drei Meter. Hä? Was war denn das? Leute, was machst du da für den Kram? So, wie ich das nicht gebaut hab. Aktualität für drei Meter. So, pass mal auf. Und dann hier ran, ne? So raus. So ran. Zack. Ja, mach mal. Mal gucken. Mal gucken, was er sagt. Ob die Soße abläuft oder nicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, die auch ist weg. Die ist auch weg. Hier ist auch alles weg. Gut, wunderbar. Was willst du mehr? So, haben wir auch angeklemmt. Dann sind die auch glücklich. So. So, das haben wir auch. Dann müsste es hier auch gehen, ne? Machen wir Abwasser. Abwasser da drüben. Wasser gleich vor der Tür. Wärme kriegen wir auch ran. Strom ist gar nicht glücklich. Das ist alles da. Sonst Müll. Müll ist um die Ecke. Gut. So. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Schauen wir, was machen wir denn nun? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Sollen wir hier die, ähm, den Bahnhof mal einbauen? Hier den Bahnhof mal nebenbauen. Dass wir eventuell hier mit dem Gleis rauskommen, hier rüber und dann wieder zurück. Das würde doch gehen. Pass mal auf, wir Bürger. Bahnsteig klein. Kleiner, feiner, süßer, sowas hier. Was haben wir sonst noch tolles? Ähm. 1500, bisschen viel. Metro wäre auch ganz interessant, ne? U-Bahn ohne Einstieg. Was haben wir sonst noch hier? Bahnhof. Der ist auch niedlich. Der ist auch nicht schlecht. Wo ist denn der hier, ne? 310 Arbeiter. Spielt ja keine Rolex. Wie groß der ist, ne? Warte mal, wo warst du jetzt hier? Der hier, ne? Der ist doch gar nicht mal so doof. Wenn wir den hier nebenbauen, kommen wir denn bis ganz da hinten hin? Das ist die Frage. Ich glaube schon. Oder? Was wollen wir hier noch hinbauen? Wir wollten doch, ach, wir wollten Chemie auch noch hinbauen, ne? Die Chemiestation wollen wir noch hinbauen. Ähm. Wenn der hier so ein bisschen rausrückt. Mal angenommen, ja? Wir bauen den mal da hin. So, kriegen wir das Gleis denn aber dazwischen? Das müsste doch gehen, ne? Das kriegen wir locker dazwischen gebaut. Wunderbar. Sozusagen fein in beide Richtungen, ne? Oder? Warte mal, der vielleicht? Das haut hin. Das haut hier nicht hin. Ach, das war so klar. Wattis, Bani-Bahn. Genau. Was kleines, feines. Ähm. Dann müssten wir, oder? Dann müssten wir dann noch zurücksetzen. Der wichtig, wichtig ist eigentlich der Weg, ne? Der Laufwege. 306 Meter. Aber da kommen sie auf jeden Fall hin. Das klappt. Und wenn wir den jetzt noch weiter zurückrücken, dann müsste das noch besser passen, ne? Fuß will ich weg und dann? Passt das, meinst du? Pass mal, aber so. Wenn ich den noch ein bisschen weiter zurückrücke, dann passt das hier auch. So. Dahin. Jetzt das Gleis raus. Er will da nicht rüber, ne? Er will da partout nicht rüber. Bahn ist zum Kranken... Was für eine Kreuzung. An der Kreuzung. Zu dicht an der anderen Kreuzung. Das ist das Problem. Okay. Also heißt das, wir müssen den Bahnhof noch ein bisschen rausziehen. Ja, das machen wir doch platt. Kein Problem. Wie gesagt, ist ja nicht das Problem, ne? Das gehen wir hin. So, dann ziehen wir das bisschen weiter raus hier. Problem ist aber jetzt, ähm... Na gut, wir haben hier noch Luft, ne? Also wir können hier noch was machen. Ja, das wird noch lustig. Das wird echt noch lustig, das Ganze hier. Ähm, Bahnhof. Gehen wir raus, ne? Ja, wunderbar. Muss das eine zweigleisige sein? Hätte auch eingleisig sein können, ne? Theoretisch. Und jetzt gehen wir jetzt da rein. Hier raus, zack. Und hier genauso. Ne? Also ein bisschen hier so ran schmiegen. Mal sehen, was geht. So, zack. Und dann hier irgendwie rein. Das geht. Und das wird auch gehen, ne? So. Wunderbar. Hier eine kleine Kreuzung rein. Beide Seiten. Dann passt es. Jetzt will ich auch unser, unser... Bahnbetriebswerk da nicht, da nicht unnütz, ähm... im Stress kriegen. Weil das kriegen sie eh nicht hin. Weil wir haben doch sowieso noch größere Sachen vor. Das bauen wir jetzt mal fertig. Päuschen, kurz mal, Sekunde. Jetzt brauchen wir noch, äh... eine Kreuzung hier zwischen, ne? Irgendwo hier rein, wenn es geht. Das ist ziemlich lang, ne? So, und einmal hier. So. Das ist da hier drüben, ne? Irgendwo hier vorne. Dahin, einmal hier raus. So. Haben wir auch. Nehmen wir auch mit. Einmal ein paar Signale dazwischen basteln. Haben wir hier, ne? So. So rum. Und Chain Signal raus. So rum. Und das gleiche hier drüben. So. So rum. Warte mal, dann müssen wir jetzt hier... Warte mal, was ist das jetzt hier? Ach so. So rum. Das wäre nochmal eins. Das wäre nochmal eins. Und dann... Raus. Und... So rum, ne? Rein, rein, rein. Passt, passt, passt. So, hier nochmal das gleiche Spiel. Raus. Und einmal Chain Signal rein. So rum. Müsste gehen, ne? Ich denke mal, das sollte so funktionieren. Siehste wohl. Gut. Dann kann das hier auch gebaut werden. Dann dürfen die sich auch da ranwagen. So. Kommen wir aus beide Seiten, ne? So, zack. Ähm. Dass wir bis von da können... Warte mal. Kriegen wir das so ein bisschen... Weiß nicht, so. Hätten wir gerade drüber machen können, ne? Komplett. Das hier nochmal wegnehmen. Warte mal. Ähm. Da. So. So. Und dann nochmal hier runter. Äh, die können doch den Weg... Die Straße nehmen, ne? Aber... So. So nehmen wir es. So, bitteschön. Haut rein, Jungs. Dann haben wir das auch mit drin, ne? So. Wunderschön. Würde ich sagen. Gut, hoffe ich, die Folge ist schon wieder zu Ende. Sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.